De Lingen-Saar ist eine Stadt im Landkreis Saarlouis-Saarland. Sie hat etwa 20.000 Einwohner und gliedert sich in die drei Stadtteile De Lingen-Innenstadt, Pachten und Dievlen. Das Stadtgebiet liegt am Rand des Naturparks Saarhundsrück an der Mündung der Prims in die Saar. Geografie De Lingen liegt rechts der Saar im nördlichen Teil des Saarlouis-Saarbeckens und damit im Saarnaebecken. Das Saarlouis-Saarbecken ist im Nordwesten, Norden und Nordosten von den Höhen des Bund Sandsteins begrenzt. Die Bund-Sandsteinhöhen gehören zu den östlichsten Randstufen des Pariser Beckens und leiten in die Prims-Mulde über. Die im Schwarzwälder Hochwald entspringende Prims mündet oberhalb des Stadtteils Pachten in die Saar. Wenige Kilometer nördlich des Pachtenerbahnes vereinigt sich die Saar mit der aus Lothringen kommenden Nied. Die angeschwemmten Aufschüttungen im Teilbecken ermöglichen eine gute landwirtschaftliche Nutzung. Die Gesteinsschichten des Saarbrücker Steinkohlesattels tauchen nach Nordwesten ab und erst kommt zu einer Überlagerung von jüngeren Gesteinen des Rotliegenden und der Trias. De Lingen liegt auf einer Scholle des mittleren Bund Sandsteins. Die rechteckige Scholle ist in Richtung Südost-Nordwest gestreckt und wird im Süden vom Karbonen einer Linie ins Dorf-Hülzweiler-Schwarzenholz begrenzt. Im Südwesten und Nordwesten dieser Bund Sandsteinsscholle liegen die Höhenzüge des oberen Bund Sandsteins und des Muschelkalks zwischen Buru, Siersburg und dem Haustattertal. Die Gesteine des unter Rotliegenden und des Karbons bilden den nordöstlichen Randbereich. Die ausgeweitete Tollage des Raumes De Lingen und Saarlouis liegt im Bereich des mittleren Bund Sandsteins, in denen sich die Täler der Saar und der Prims eingegraben haben. Im mittleren Bund Sandstein sind vorwiegend Möbel leicht erodierbare Sandsteinformationen entwickelt. Darüber liegt der obere Bund Sandstein, der sich aus festeren, zu Teilen tonig- oder karbonatisch gebundenen Sandsteinen aufbaut. Diese wurden in früheren Zeiten in zahlreichen Steinbrüchen als Baustoff gewonnen. Darüber befinden sich Muschelkalkschichten. Die unterste Muschelkalkschicht bilden sandig tonig-kalkige Gesteine. Die mittlere Muschelkalkschicht enthält Mergel mit Gips und Anhydrid. Die obere Muschelkalkschicht baut sich aus massigen Kalken und plattigen Kalken mit Mergelagen auf. Über diesen festen Untergrundgesteinen sind flächenhaft Sedimentterrassen der Flüsse Saar und Prims abgelagert. Die unterschiedlichen Höhenlagen dieser Terrassen geben Zeugnis von verschiedenen Stadien der Eintiefung der beiden Flüsse und der Ablagerung von mitgeführtem Kiesschotter. Die jüngsten Ablagerungen bilden die Auenlehme der beiden Flusstäler. Im Stadtgebiet Delingens liegt der Schnittpunkt der beiden Flusstäler von Saar und Prims. Die Prims beendet hier ihren 91 Kilometer langen Lauf. Die Geländehöhe bei der Mündung beträgt 177 Meter ü. N. N. Östlich der Saar kommt auf beiden Ufern der Prims mittlerer Bund Sandstein vor. Er ist breitflächig abgetragen und bildet eine flachwellig gestufte Landschaft. Die Flächen sind von breiten Kies- und Lehmterrassenfeldern bedeckt. Nahezu alle im Raum Delingen auftretenden Gesteine sind wirtschaftlich nutzbar. Die Mürbengesteine des mittleren Bund Sandsteins wurden als Sand in Gruben oder Hangkanten abgebaut. Die festeren Sandsteine des oberen Bund Sandsteins lieferten Hau- und Bruchsteine. Aus den Terrassen wurde Kies gewonnen. Lehmne wurden als Ziegeleimaterial nutzbar gemacht. Das Klima in Delingen ist gemäßigt ozeanisch aber warm. Es gibt das ganze Jahr über deutliche Niederschläge. Selbst der trockenste Monat weist noch hohe Niederschlagsmengen auf. Im Jahresdurchschnitt herrscht eine Temperatur von 9,7 Grad Celsius. An Niederschlag fallen im Durchschnitt innerhalb eines Jahres 724 Millimeter. Der geringste Niederschlag mit 48 Millimeter fällt im Monat April. Im Gegensatz dazu ist der August der niederschlagsreichste Monat des Jahres mit 71 Millimeter Niederschlag. Hinsichtlich der Temperatur ist der Juli der wärmste Monat mit einer durchschnittlichen Temperatur von 18,2 Grad Celsius. Mit durchschnittlich 0,9 Grad Celsius ist der Januar der kälteste Monat des ganzen Jahres. Die Differenz der Niederschläge zwischen dem niederschlagsärmsten Monat und dem niederschlagsreichsten Monat beträgt 23 Millimeter. Hinsichtlich der Temperatur schwanken die durchschnittlichen Werte im Jahresverlauf um 17,3 Grad Celsius. Das Stadtgebiet von 22,07 Quadratkilometer ist folgendermaßen aufgeteilt. Wohnen 2,28 Quadratkilometer Industrie und Gewerbe 2,3 Quadratkilometer Verkehr 1,88 Quadratkilometer Wald 6,41 Quadratkilometer Erholung 0,26 Quadratkilometer Wasser 0,12 Quadratkilometer Landwirtschaft 4,98 Quadratkilometer. Die Stadt hat sechs Nachbarkommunen. Im Urzeigersinn sind das Berkingen, Nalbach mit den Ortsteilen Bierbach und Nalbach, Saarwellingen, Saarlouis, Wallerfangen sowie Rellingen-Siersburg. Stadtgliederung. Dillingen besteht aus drei Stadtteilen. Dillingen, dem 1936 eingemeindeten Pachten und dem 1969 hinzugekommenen Tieflen. Am Ende des Römischen Reiches gehörte das heutige Dilliner Stadtgebiet mit der Provinz Belchekei, also dem gesamten Gebiet um Mosel und Saar, zum romanischen Sprachraum. Die vorherrschende Sprache in Konziomagus und der gesamten Gegend war das moselromanische. Der Sprachraum wurde von keltischen Stämmen bewohnt. Zur gleichen Zeit hatten sich hier viele Läden angesiedelt. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches wanderten die Franken in das Gebiet, die in Holland, Brabant und Flandern ansässigen Franken zogen die Ort und Sauer abwärts in Richtung Südosten und bis etwa Metz die Obermosel aufwärts. Damit spalteten sie das alte gallromanische Gebiet zwischen Trier und Alon etwa in einer Breite von 60 Kilometern. Die Übernahme der keltischen Flussnamen sah und Prims weisen auf eine Bevölkerungskontinuität hin. In Pachten ging der alte römische Name Konziomagus allerdings verloren, als fränkische Siedler ihre Gräber in den antiken Vikus hinein verlegten. Vielleicht weist der Name Pachten auf die alten, noch als Pfade bestehenden Römerstraßen zwischen Metz und Mainz, Trier und Straßburg hin, die sich hier kreuzten. Während die Franken westlich der Mosel von den Galloroman assimiliert wurden, blieb im heutigen Deliner Stadtgebiet und seiner weiteren Umgebung das fränkische vorherrschend. Die fränkische Neubesiedelung war vermutlich eine wenigstens teilweise durch das Königtum gelenkte Bewegung. Der Anführer der jeweiligen Gründungsgruppe verewigte sich im gesamten Besiedlungsgebiet durch die Ortsnamen. In Delingen vermutlich ein Anführer namens Dolo, der die Nachsilbe Ingen an sein Namen anhängte. Der lokativische Dativ Plural Ingen diente zunächst als Stellenbezeichnung, die auf den eigentlichen Ortsnamen übertragen wurde. Moselfränkische Mundart Die Deliner Mundart gehört heute zu den moselfränkischen Dialekten und ist damit eine westmitteldeutsche Mundart. Sie gehört zu den mittelfränkischen Dialekten. Delingen liegt mit dem Kreis Saarlouis unmittelbar nördlich der Dat das Linie. Hinsichtlich der hochdeutschen Lautverschiebung bleiben Watt und Dat in Delingen unverschoben, ebenso unverschoben bleiben. It, e, d, i, t, a, let und die Adjektivendung des Neutrums, p im Anlaut und p, p im Inlaut sind nicht verschoben. So sagt man Punt statt Pfund und Appel statt Apfel. Dagegen ist das T verschoben, wie bei Wasser, Zeit, Katz. Innerhalb des moselfränkischen ist der Deliner Dialekt dem Aufgebiet Susu rechnen. Die binnendeutsche Konsonantenschwächung und die hochdeutsche Dieftongierung ist vollzogen. Die Manifestation der Grenzlinien kann aus konfessionsgeschichtlichen und politischen Gegebenheiten erklärt werden. Die rheinfränkischen Sprachgebiete des Saarlandes gehörten vor 1815 im Wesentlichen zu den protestantischen Herrschaften, während Delingen mit allen anderen moselfränkisch sprechenden Orten des Saarlandes zum Einflussbereich des katholischen Kurfürstentums Trier, gehörte. Durch den historischen Einfluss Frankreichs auf Delingen sind auch zahlreiche Galizismen in die Deliner Montat übernommen worden. Durch die Mobilität der Bevölkerung kommt es zunehmend dazu, dass die Trennungslinie zwischen dem moselfränkischen und dem rheinfränkischen nicht mehr so scharf gezogen werden kann. Wörter und Ausdrucksweise beginnen sich anzugleichen über Lappen und verbinden sich. Ein Beispiel wäre die Ablösung des alten Deliner Brat durch Gebrung oder die Ablösung von Eisch-Maisch-Deisch durch Isch-Misch-Disch. Geschichte Die gallo-römische Siedlung Konziomagus bestand an der Kreuzung der Fernstraßen Metz-Mains und Trier-Straßburg im heutigen Stadtteil Pachten. Um 275 276. wurde Konziomagus im Zuge der Völkerwanderung zerstört und wieder aufgebaut. Die älteste schriftlich erhaltene Nachricht von Dillingen und Pachten findet sich in einer Urkunde des Trierer Bischofs Albero von Montruy. Im Jahr 1324 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung von Diefling und 1357 die erste Erwähnung des alten Schlosses in Dillingen. Zwischen 1618 und 1648 gab es Verwüstung im Dreißigjährigen Krieg sowie in den Jahren 1672-1678-79. im Holländischen Krieg. 1685 erhielt die Deliner Feudalherrschaft durch König Ludwig XIV. die Erlaubnis zur Errichtung einer Eisenhütte. Die französische Revolution beendete die lokale Deliner Adelsherrschaft. Im Jahr 1815 wurde die Region im zweiten Pariser Frieden dem Königreich Preußen angegliedert. Zwischen 1920 und der Volksabstimmung von 1935 war Dillingen durch die Bestimmungen des Versailler Vertrages Teil des Saargebietes unter der Verwaltung des Völkerbundes. Im Jahr 1936 wurde Pachten eingemeindet. Im Zweiten Weltkrieg kam es zu schweren Zerstörungen. 1949 erhielt Delingen durch die Regierung des Saarlandes die Stadtrechte. 1969 wurde die Flinn eingemeindet. Im Jahr 1990 beging man in Delingen bzw. Pachten eine 2000-Jahr-Feier der Siedlung Konziomagus. Hauptartikel, Politik, auf blauem Grund eine silberne, gezinnte und gefugte Mauer, darüber ein silberner, goldgekrönter und goldbewährter Adler mit ausgebreiteten Flügeln und roter Zunge. In der Mauer ein goldenes Tor mit rotem Rand, darauf einen roten Zickzackbalken, der von einem dreiletzigen, blauen Turnierkragen überragt wird. Das Wappen lehnt sich in seiner Gestaltung an das Wappen der Edelherren von Siersberg, Herren zu Delingen und an das Amts Wappen der ehemaligen Prävote Siersberg an. Turnierkragen sind in der rheinischen Heraldik sehr häufig angewandte Unterscheidungszeichen für jüngere Nebenlinien von Adelsgeschlechtern. Beide Wappen werden miteinander kombiniert. Das Wappen der Edelherren wird im Dillener Wappen zum Tor in einer Stadtmau umgedeutet. Im Jahr 1908 wurde der Historikera Alwin Zimmer von der Verwaltung in Saarbrücken beauftragt, die Vorarbeiten für die Fortführung des Wappens der Herren zu Delingen im Siegel der Gemeinde Delingen zu leisten. Die jahrhundertelangen enge Verbundenheit Delingens mit der Herrschaft Siersberg war die Basis, dass nach dem Vorschlag von Ziemer das vermutete Ortswappen von Delingen mit dem vermuteten Burgwappen der Siersberg vereinigt wurde. Dabei sollte das Ortswappen Delingens in das Burgdor des Siersburger Wappens eingebaut werden. Nach der Fertigstellung des Wappens durch Ziemer genehmigte der Deliner Gemeinderat dieses vereinigte Wappen anzunehmen bzw. im Siegel fortzuführen. Der preußische Innenminister Friedrich von Moltke wollte diesem Antrag nicht zustimmen, da der Nachweis nicht erbracht sei, dass das Wappen auch in der Vergangenheit von Delingen als Siegel geführt worden sei. Das neu entworfene Ortswappen von Delingen konnte deshalb nicht als Gemeindesiegel geführt werden und wurde lediglich zu dekorativen Zwecken benutzt. In der darauffolgenden historischen Forschung wurde allerdings nachgewiesen, dass der Burgdor Wappen Teil des von Ziemer entworfenen Deliner Stadtwappens tatsächlich das Wappen der Edelherren von Siersberg und nicht das Ortswappen von Delingen war. Delingen gehörte seit dem Jahr 1590 zur lothringischen Office de Castellanie Siersburg aus der später die Prévote Siersburg hervorging. Das Amtswappen dieser Prévote aber nicht das Burgwappen der Siersburg, das es historisch nie gab, ist ein silberner gezinnter schwarz gefugter Turm in blau überragt von einem goldenen Adler. Das von Ziemer im Jahr 1908 entworfene Wappen ist also eine Kombination der Wappen der Herren von Siersberg und Delingen sowie des Wappens der Präfektur Siersburg. In der Urkunde zur Stadterhebung vom 1. September 1949 wurde Delingen von der Landesregierung des Saarlandes unter Ministerpräsident Johannes Hoffmann das Recht verliehen, dieses Wappen zu führen. Mit Erlass vom 16. Oktober 1952 hat der saarländische Innenminister Edgar Hechter der Stadt Delingen das Recht verliehen, die Wappenfarben Rot-Gold, die sowohl die Farben des Burgdor-Wappens teils des Delener Stadtwappens und die des alten Herzogtums Lothringen sind als Stadtfarben zu führen. Der Stadtrat mit 39 Sitzen setzte sich nach der Kommunalwahl vom 7. Juni 2009 wie folgt zusammen, Kommunalwahl vom 25. Mai 2014. Der Stadtrat mit 39 Sitzen setzt sich nach der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 mit 16.357 Wahlberechtigten, 7.364 Wählerinnen und Wählern, 204 ungültigen Stimmen und 7.160 gültigen Stimmen. Wie folgt zusammen, Bürgermeister Bürgermeister der Gemeinde bzw. der Stadt Delingen 1, April 1897 bis 31, März 1904, Julius Schuh, 11, Mai 1904 bis 13, November 1909, Matthias Schmidt, 28, Dezember 1909 bis 18, August 1920, Karl Wagner, 22, Oktober 1920 bis 14. Juni 1912, Juni 1922, Kamille David, 15, Juni 1922 bis 31, Juli 1923, Verwaltet von Kreissekretär Noll aus Saarlouis die Stelle des Bürgermeisters, 1. August 1923 bis 11, Januar 1936, Otto Nicola, 11, Januar 1936 bis 30, März 1945, Albert Kronenberger, 1. April 1945 bis 7, Mai 1945, Benedikt Hoffmann, 8. Mai 1945 bis 5, September 1945, Heinrich Scherer, 1. November 1945 bis 30, September 1946, Theodor Kronenberger, 1. August 1946 bis 28, Mai 1946, Peter Lamar, 16, Oktober 1956 bis 14, Februar 1974, Eduard Jacobs, CDU, 20, März 1974 bis 19, März 1994, Gerhard Leonardi, CDU, 20, März 1994, Erwin Planter, 20, März 2004 bis heute, Franz Josef Berg, CDU, die Bürgermeister der ehemaligen Gemeinden Pachten und Dieflin bis zur Eingemeindung nach Dillingen werden in den Ortsartikeln genannt. Städtepartnerschaften Frankreich-Kreuzwald seit 1967, Deutschland-Heuerswälder seit 1988, Italien-Suterra seit 2002, Patenschaften-Patenschaft für das Minenjagdboot Klasse 332 M1065 Dillingen, Hauptartikel Rathaus Dillingen sah das neue Rathaus wurde durch den Dilliner Architekten Kurt Faber in den Jahren 1974 zu 1978 in wabenartigen Formen errichtet. Von ihm ist auch die Decken- und Wandgestaltung im Sitzungssaal. Das Gebäude ist durch einen Brückenbau mit dem alten Rathaus verbunden, das der Architekt Wilhelm Franz zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Stil des Historismus entworfen hatte. Folgende saarländische Künstler gestalteten den Verwaltungsbau, der Objektkünstler Werner Bauer die Hinweisskulptur aus farbig gefasstem Stahl in der Merziger Straße und die hölzernen Sitzungssaal-Türen, der Bildhauer Eberhard Kilgus aus Beggingen die Landschaftsskulpturen der Außenanlage sowie die Eingangstür des Rathauses aus E-Mail und Keramik, und mehrere Skulpturen in der Stadtbücherei. Der Maler und Bildhauer Karl Unferz sagt die Wandgestaltung aus überglasierten Andesitplatten in Foyer und Treppenhaus. Der Bildhauer Heinz Oliverius das bronzene Sitzungssaal-Kruzifix. Der Wartgasser Bildhauer Lothar Messner die Wandgestaltung im 2. Obergeschoss aus Resopal unter Druck. Der Grafiker und Maler Max Merz das Relief im 3. Obergeschoss. Der Dilliner Maler und Grafiker Karl Michaeli das Ölgemälde Mensch-Familie-Industrie im 4. Obergeschoss. Das Bürgermeisterzimmer statteten Max Merz und die Textilkünstlerin Dorothea Zech aus.